My house, my house, take a trip to my house Das ist ein 5.50k set for free, was wir uns hier holen können, sehr, sehr nice Und mal wieder, das haben sie angekündigt, zwischendurch kommen diese falschen Position-SBCs raus Auch heute wieder ein Tag Und wir haben wieder ein Bundesliga-Falsche-Positions-SBC draußen Wie beim letzten Mal der von Bochum Es ist hier Kofi Kere Also, der ist auch einfach am Start 13 Tage bevor wir rein starten, Freunde Das Ganze könnte meine Tech-Jabend hier auf dem Channel unterstützen Das geht ganz schnell mit einem Daumen nach oben Dankeschön für eure Support-Tech hier auf dem Channel Gestern im Video, ich schaue mal gerade nach Haben wir knapp die 400 Likes verfehlt 395 Likes, Freunde Ich würde sagen, 400 Likes, heute das Like-Ziel Lasst uns das auf jeden Fall gerne voll machen Dankeschön für euren Support Lasst gern kostenlos auch ein Abo da Und natürlich eure Meinung zum heutigen Content In dem Sinne würde ich sagen, legen wir los Wir haben einiges zu tun Und vor allen Dingen Player-Pics zu öffnen Ja, fangen wir an mit den Player-Pics mal Da müssen wir, wie gesagt, folgendes abgeben Und zwar haben wir unendlich Verhobe-DSBC am Start Mega Aber, beziehungsweise eigentlich auch gut Wir müssen genau Goldspieler eben 11 abgeben Ich habe schon gedacht, 11 selten oder what? Nein, 11 Non-Rare-Goldspieler müssen wir abgeben Lohnt sich oder nicht? Das ist eigentlich die große Frage des heutigen Videos Wir geben jetzt mal 11 Non-Rare-Goldspieler ab Untradable Und werden schon mal in das erste hier reingehen Reingehen, bevor wir dann gleich Bleibt gern bis zum Ende Natürlich in weitere gehen Also, erster Player-Pic am Start Gönnt uns direkt erstmal Perfekt 3,79er Ernsthaft, EA? 3,79er Nehmen wir mal Lassia mit Und gehen dann damit gleich weiter Also, Player-Pics Mal schauen, was bei rumkommt Wir haben eine geile Puzzle-DSBC Und da muss ich wirklich sagen Mega von EA Seltenes Mega-Pick Als Gruppen-Reward Ich hab gestern noch rumgemeckert Wieso ist ein Gruppen-Reward Ein 2-seltenes Goldspieler-Set tradable? Was ist das für ein Gruppen-Reward? Mindestens 25k-Set Als mindeste Grenze Müssten die uns angeben Und was geben sie uns heute? Ein 55k-Set Als hätten sie mich gehört Mega geile Geschichte auf jeden Fall 2 Tage ist DSBC da Und die müsst ihr machen Denn Folgendes müssen wir abgeben Ich hab da schon mal was vorbereitet Wunderbarerweise Und zwar ein 81er Grand Squad Willi 4A von uns Wir brauchen mindestens 5 seltene 31 Team Schmie Mindestens aus derselben Region 3 Aber jetzt kommt's Maximal 4 Vereine Und maximal 4 aus derselben Liga Ja und wie kriegt man jetzt Die Team Schmie hin? Wir haben jetzt auch hier Punktgenau 31 Das liegt daran Dass wir in gleiche Vereine gegangen sind Also hier zum Beispiel Die Wolves mit dem Torhüter Mit dem ZM Mit dem rechten Flügel Und mit dem linken Flügel Dann haben wir Udine Rechtses Mittelfeld Stürmer Linkes Mittelfeld Und dann haben wir wie gesagt Noch von Atletico Madrid 4 Leute wieder am Start Und auch dadurch Haben wir eben dann 450 Münzen Diesen silbernen RM Also falls ihr da Irgendwas nicht haben solltet Geht gerne auf den Transfermarkt Es gibt unendlich viele Möglichkeiten Guckt in erster Linie Dass ihr natürlich Hauptsächlich Logischerweise Spieler Die ihr schon im Verein habt Eben nutzt Und im Idealfall Vor allen Dingen Untradable Spieler Das aber jetzt hier ein Beispiel Wie gesagt Mit Atletico Madrid Mit dem Wolves Und mit Udine Da ist eben die Möglichkeit So an die Team Schmied zu kommen Und das sollen die auf jeden Fall machen Im Endeffekt Und das sage ich jetzt so ganz ehrlich Es ist wirklich ein 55k Set For free Was müssen wir dafür swappen 8k, 9k Vielleicht maximal 10k Für ein 55k Set Besser geht es absolut nicht Guter Trade Top SBC Da geht der Daumen auf jeden Fall nach oben Auch zur Player Pick SBC Wie gesagt Da bin ich auch vorweg Jetzt schon mal Auf jeden Fall damit Sehr sehr zufrieden Ja und dann kommen wir eben Zu der dritten Geschichte Das ist die falsche Positions Kofi Kere SBC 13 Tage ist die am Start Und da stellt sich euch die Frage Lohnt sich das Ganze Und da muss ich euch ehrlich direkt sagen Weil ihr jetzt auch das Upgrade bekommen habt Da denke ich direkt an Bino Gittens Das gucken wir uns gleich mal Im Vergleich mit den beiden an Elliot hat auch sein Upgrade Und Stones Sehe ich gerade Gucken wir vielleicht gleich mal In die Upgrades rein Würde sich ja wahrscheinlich lohnen Also was bringt Kere mit Er bringt 5-Star-3-Star mit Das hatte er auch schon Auf seiner Base-Karte Mittel-Mittel-Arbeitsraten Jetzt auch nicht das Gelbe vom Mai Dann haben wir linker Flügel LM rechter Flügel Und Stürmer Also kann links wie rechts Auch zentral Okay Also das schreit alles für mich Nach einem Dead Eye Wieder die typische Karte Haben wir schon oft drüber gesprochen Die letzten Tage Er hat Tempo Er hat Dribbling Das Einzige was ihm In Anführungsstrichen Was low ist Ja Schuss und passen Deshalb schreit es nach dem Dead Eye Vor allem die Kopfballpräzision Ist auch wieder hoch Ausdauer ist hoch Wir haben Sprungkraftzug auf 97 Bei einer Körpergröße von 1,79 Flair bringt er mit Jetzt ist die Frage Was kostest du? 82er Graded Squad Und 85er Das wird zu teuer sein Glaube ich Das wird leider zu teuer sein Ich meine wir kriegen Zwei Packs zurück Das ist gut Und wenn wir ehrlich sind Über einen 82er Graded Squad Reden wir nicht Das ist easy abzugeben Und 85er ist im Endeffekt Dann der Squad Über den wir reden müssen Ja und ob sich dieser 85er Graded Squad lohnt Da gehen wir gleich bei Footbin Auf jeden Fall rein Was wir aber sagen können Ist hier auf jeden Fall schon mal Pace hat er auch nicht am Start Bewegigkeit und Balance Aber was mir überhaupt nicht gefällt Das habt ihr vielleicht auch schon gesehen 80er Ruhe-Stat Das geht einfach nicht Wir haben jetzt den 6.3. Ein 80er Ruhe-Stat 1 gegen 1 gegen den Torhüter Der wird absolut Nee Freunde Das ist nicht Powercurve-mäßig Auf jeden Fall eine SPC Die es verdient hat So auszusehen Wie sie jetzt aussieht Wie gesagt Das ist keine Live-Karte Und deshalb eigentlich Ein bisschen weird Ja Ziel ist das nächste Das können wir direkt Außen vor lassen Da gibt es nichts Neues Das heißt wir können Direkt zum Shop reingehen Da habe ich eben was gesehen Freunde Da würde ich gerne Eure Meinung zu wissen Bei den Provo-Packs Wir haben hier Ein komplett untradeable Proviant-Pack Für 100.000 Münzen Und es sind eben 100 häufige Goldspieler Nichts davon ist selten Da ist kein seltener Goldspieler drin Es sind häufige Goldspieler Eben da drin Ich weiß jetzt gerade nicht Wie viele Special-Karten Momentan draußen sind Die als Base-Karte Eine Non-Rare Goldkarte haben Weil die wären dann Theoretisch Die Möglichkeit natürlich da Die da drin eben zu ziehen Aber weiß ich nicht Warum macht man das 100k-Pack raushauen 500 FIFA-Points Für ein untradeable Nee Freunde Proviant-Pack Davon gibt es auch noch drei Also davon denke ich mir Was hat sich ihr dabei gedacht Wahrscheinlich wieder Viel zu wenig Aber ich würde sagen Wir machen jetzt das seltene Mega-Pack auf Ihr seht es 30 Dinger natürlich drin Garantiert 83 plus Wir machen es auf in 3 In 2 In 1 Und Abfahrt Come on EA Gib uns was Gutes Wir haben wir haben Man of the Match Man of the Match Perfekt Komm Oh Juranovic Von Union Berlin Wer ist hinter 15 Cup Ist auf jeden Fall Sein Oh 4 Duplikate Da wird nicht viel Hinter sein Glaube ich Es sei denn High-Rated Futter Also er ist am Start Oh mein Gott Bitte 2 Hunter Shadow Sehr nice Wilson Schade 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 Aber zumindest Ist der Man of the Match Falls ihr das Pack gemacht habt Das müsst ihr auf jeden Fall machen Dann lasst mich gerne wissen Was hattet ihr In eurem Pack drin Würde mich auf jeden Fall interessieren Und damit gehen wir erstmal Jetzt einen Step weiter Und zwar zu Footbin Und da schauen wir uns folgendes an Unter anderem Kiri Wir gehen mal auf die neuen Spieler Da ist er am Start Da seht ihr es Und dann haben wir wie gesagt Die Upgrade Stones Bino Gittens und Elliot Auch die Wants to Watch Karten Sie haben jetzt übrigens geupgradet In Bezug auf die Man of the Match Karten Also wir haben da ja zum Beispiel Die Maria Wants to Watch Karte gehabt Oder eben Dybala Die sind also jetzt geupgradet Auf 88 und auf 90 Falls ihr euch da fragt Warum er hier vorne am Start ist Da wie gesagt Ein ganz normales Plus 1 Upgrade Auf die jeweiligen Stats Ja ich würde sagen Wir gehen über den SPC Überblick erstmal drauf Oh mein Gott Was sehen meine Augen Über 100k Nein 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 Da gehen wir auf jeden Fall Gleich mal rein Da gehen wir gleich mal rein In den Vergleich mit Bino Gittens Player Pick würde ich zustimmen Und auch natürlich Der zwölfte Mann Die SPC Mega 55k Set Let's go Lass uns kurz auf die Upgrades springen Oder zu den Upgrades Habt ihr ihn gemacht Ihr findet hier Schreit auch wieder alles nach Dead Eye 92, 91, 92, 90 Dann Bino Gittens Guck mal Die SPC war nur 50k teuer Ist jetzt auf Der war vorher auf 87k So wie jetzt quasi Kofi ist Ja Äh Bino Gittens jetzt auf den 89k Plus 2 4 Star 4 Star Klar Keine 5 Sterne 3 Sterne Dafür aber 4 Sterne 4 Sterne Und bei ihm ist folgendes Er hat 86er Composure Hat auch hohe Agility und Balance Ja Hat auch hohes Jumping Auf 97 Hat auch Pace Und Meiner Meinung nach Dead Eye drauf Und dann Dann ist der auch mal richtig gut Da ist der auch mal richtig gut Sehr sehr nice Und da werden wir auf jeden Fall gleich in den Vergleich gehen Dann haben wir Stones 89er geratete Karte Jetzt hier am Start Da haben wir ja schon gesagt Entweder ein Anchor Oder ihr geht halt voll auf Pace Und lasst ein bisschen Physis links liegen Das macht da wie ihr Lust und Laune habt Hier ist auch fast identisch Shadow und Anchor Also da kann man jetzt nicht das eine Ja Eins grundsätzlich ausschließen Ist schwierig Da muss man gucken wie ihr besser Mit klarkommt Entweder oder So Kiri Haben wir dann am Start Oder Kiri 5 3 Hat er wie gesagt schon vorher Er hat ein Plus 12 auf Pace Plus 12 auf Schuss Plus 12 14 auf Pass 10 Dribbling 12 Def 11 Ausdauer sogar Also ich meine Klar Er war vorher 75er geratet Dass das natürlich dann Ein ordentlicher Boost ist Da brauchen wir nicht drüber reden Aber Und da gehen wir jetzt hin Kurz mal Die vergleichbare Geschichte Mit eben Dem wunderbaren Bino Gittens Mit dem 89er Jetzt hier Ja Was sollen wir dazu noch sagen Freunde Mehr Toll Stats Mehr Ingame Stats Also wenn ihr die gemacht habt Dann braucht ihr diese SBC nicht machen Guck mal Der kann links Wie rechts spielen Der kann auch links wie rechts spielen Das einzige Was noch ein Unterschied ist Ist das mit dem Stürmer Skillmove Weakfoot ist der Unterschied Wobei ich 4 Sterne 4 Sterne Bevorzuge Als ein 3 Sterne Weakfoot Muss ich euch ehrlich sagen Dann kann ich auch Auf die 5 Sterne Skillmoves verzichten Ja Und sie sind sich so ähnlich Einfach Sie sind sich so ähnlich Was Schuss Passend Pace Und Dribbling angeht Def ist ja Ja Beide auf 74 Physis Also das ist für mich Eine SBC Ja Freunde Die hätten sie sparen können Und wenn Dann machst du Mindestens 89 geratet Wie ein Beino Gittens Oder sogar 90 plus geratet Weil dann wäre es eine SBC Worüber wir auch reden könnten Aber so Ne Da bin ich raus Also Rein in die 78 Player Picks Freunde Wir haben noch einige zu öffnen Let's go Und Abfahrt So Freunde Weiter geht's 10 Player Picks haben wir am Start Jetzt Und mega nice Dass die SBC draußen ist Denn wie gesagt Wir haben Man of the Match Karten Wir haben Foot Fantasy Karten Wir haben das Team of the Week Einige Special Karten zu ziehen Und das ist auf jeden Fall Sehr 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 nice Radetzki jetzt hier Höchst rated 83er 82er Und Trippier Hier wieder ein Fuff Anna wie eben bei mir auch Komm Können wir was besseres Als 83er 84er So ein normales SBC Futter ziehen Das wäre doch nett EA Komm Gib uns eine Special Karte Aus 10 Dann wären wir auf jeden Fall Schon mal nicht schlecht dabei Komm 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 Und ich kann mal gerade Parallel schauen Preislich sind wir da bei 5k ungefähr Plus pro Pick Charla Nulu nehmen wir mit Komm 2 noch hier Aus den 10 Wieder Charla Nulu Ja Nimm SBC Futter mit Auf jeden Fall Und 83er Rein in die nächsten So Freunde Und zum Abschluss Des heutigen Videos Gehen wir nochmal rein In ein paar weitere Hier auf der Road to Glory 78 plus Player Picks Also Da habt ihr schon mal Erste Arge bekommen Von den 78 plus Player Picks Ich hoffe es hat euch Auf jeden Fall schon mal Gefallen Und lasst mich gerne wissen Erstens Wie viel habt ihr gemacht Natürlich Und zum anderen Natürlich Auch sehr sehr gerne Was ihr draus Gezogen habt Ah Dembele 83er Keine Special Karte Komm hier Jawoll Das wollen wir doch sehen Fabinho nochmal Zum Abschluss Freunde Besser geht es nicht Wunderbares SBC Futter 87er Gerated Also Lasst mich gewissen Was hat ihr in den Player Picks drin Schreibt es mir gerne In die Kommentare Und hier unten Könnt ihr jetzt das Video Von gestern sehen Vielleicht habt ihr es noch Nicht gesehen Ja Dann gehen wir rein In die Hero Player Picks und Co Guckt uns den Content an Lasst auch da gerne Liebe da Unsere Fan bis morgen Euer Flo Von Atche Gaming Ciao Leute